Ich kann raus. Das ist nicht der Punkt. Ich... sterbe, Saul. Mein Kais. Patson hat die Kür, die wir brauchen. Wir gehen jetzt, und wir sterben. Wir töten immer wieder. Wir töten immer wieder. Das ist irgendwie... Gaming-Streaming-Dienst. Ja, ja, das hat... Wie lange hat das überlebt? Ein Jahr oder so, wo das niemand benutzt hat, und dann war es tot. Wahnsinn. Wie Netflix nur für Games, ja. Und das Ding ist, ich glaube auch daran, dass das die Zukunft von Gaming sein wird. Ich glaube irgendwann... Ich glaube legit, dass irgendwann Cloud-Gaming halt... Ja, so wie es jetzt bei Netflix sein wird. So CDs werden wahrscheinlich vielleicht gar nicht aussterben, oder vielleicht dauert es noch super lange, weil Blu-Rays kannst du immer noch kaufen. Aber ich glaube, das wird auch irgendwann das große Ding sein. Aber das wird halt einfach noch lange brauchen, weil vor allem hier in Deutschland hast du nicht das Internet, dass das funktioniert. So. Der so ein Ding ist. Das ist, äh, Junge. Kannst du das Spiel wieder auf Polnisch stellen, dann fassest du es zu dem Setting? Ach, tja. Wenn die davon gehört, dafür bin ich unglaublich nicht so verbraucht, um da zu kennen. Ja. Das ist, äh, ja. Das Cloud-Gaming bei Google ist auch abgekackt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ist ja. Google Stadia. Deswegen, ähm, also ich glaube, das wird irgendwann die Zukunft sein, aber nicht mit dem Internet, was wir jetzt haben. So, ne? Deswegen. Nein, das wird nicht wie, äh, das war nicht wie bei Netflix. Du hast das Abo gebraucht und dann musstest du sie separat kaufen für einen Vollpreis. Gut, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jaja, genau. Also, genau. Äh, Google hat es natürlich nochmal komplett beschissen gemacht. Du hast monatlich gezahlt und du hattest dann nicht mal Spiele, sondern du musstest dann nochmal die Spiele zahlen. Aber so im Grunde, weißt du, das ist, äh, ja. Also langsam kriege ich Deutschland auch Internet, ja, aber so langsam, ne? Also, ich bin jetzt hier in der Stadt und das Beste, was ich hier immer sehe, ist 250. Ich weiß nicht, wie ich hier eine Tausenderleitung habe, aber was ich immer, das Höchste, was ich bisher sehe, ähm, ist 250. Tut mir leid, falls es nochmal aufkam und das Thema halt scheiße ist, aber, äh, Wahlen gesehen gestern, erschreckend. Äh, ne. Ich habe einen Plan. Ich höre es in deinem Spruch. Ja. Wenn ich nicht helfen kann, ohne deine Hilfe zu erzeugen, wurde der Account mit allen Spielen gelöscht. Digger. 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 Achso, das mit der AfD, ja, ja, das habe ich gesehen. Traurig, Digger. Ja. So, fuck. Wir warten auf eine Möglichkeit und pounce. Ich werde auf der Innenstelle und frage eine Hilfe, wenn die Zeit richtig ist. Ich kann fliegen, wenn ich diese Technik habe. Nichts ist immer einfach so einfach. Ah, so mich. Für mich. Geht, dich deine Freunde anrufen? Ja, das ist ja nirgends. Kurt! Ach, Kurt! Der Typ, ne. Der Oberboss, oder. Und ich werde nie ein Gesicht vergessen. Kurt Hansen. Ich werde ja nicht mehr im Stream sein, dann. Nämlich V, nur V. Ich habe mich nicht in so vielen Jahren gesehen. Ich versuche, mich aufzunehmen. Oh, das ist das, was das ist. Für mich, die Unions sind, um die geschlossenen, geschlossenen Schäden in deinem Herz zu holen. Und die Zähne. Sie sind immer schmerzt. Na gut, ich muss dich holen, Frau. Ich habe ein paar NC-Politikos hier, die sterben, um dich zu treffen. Und wenn wir die hunderte Räte aus der Dauberstadt verlassen, müssen wir ihnen wirklich die occasionalen Schäden geben. Für mich ist es ein bisschen wie bei PSN. Ich finde das System zum Abwürgen, zahlst du die Spiele, die auf Steam noch günstiger sind und monatlich noch, damit du online spielen kannst. Ja, ja, ja. Also PSN, ich habe ja mein Abo gekündigt. Also ich habe glaube ich PSN bis April nächsten Jahres noch. und dann habe ich keinen PSN mehr. Und dann werde ich es mir auch nicht mehr holen, weil, wofür? Ich habe das Game zuletzt vor drei Jahren gezockt. Sieht ja komplett anders aus. Ja. Oh, was hat sie jetzt gemacht? Irgendwas hat sie gemacht? Ich werde, glaube ich, auch kündigen. Ja, es ist... Ja, PS Plus habe ich gekündigt. Weil für mich ist es halt legit unnötig, weil... Ich meine, gut, die monatlichen Games, okay, aber... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal... Ich glaube, das letzte Game, das ich da gespielt habe, war Alan Wake. Und wir wissen alle, wie Alan Wake war. Ähm, und... Ich habe, glaube ich, noch nie auf meiner PlayStation Online gespielt. Und deswegen, ich brauche das nicht. So, ich brauche das nicht, ne? Das ist halt, ja. Was ist das? Und dann brauche ich einen Drink. Gehen nach unten. Ich erkläre alles. Ich muss mich hören. Ja, genau, dann ist es was anderes. Aber ich spiele halt... Auf der PlayStation spiele ich halt nicht online. Ich habe mir jetzt MW3 habe ich mir auf Steam vorgestellt. Äh, vorbestellt, ne? Was ist der Deal-Song? Ich habe nie gesehen, dass ich einen Präsenz in einer Kocktellstrecke gesehen habe. Ich bin in einer schwankeren Party. Nicht zu nennen, dass ich hella-freundlich mit ihren Kältern bin. Es ist eine Charade, V. Ich mache, was ich brauche, um zu überleben. Um zu bekommen, was ich will. Wenn ich eine Person von Burt inszeniert wurde... Ah, oh damn! Okay, what the fuck? Alles klar. Hättest du die Beta spielen können? Vom Multiplayer, ne? Aber ich... Der Multiplayer juckt mich nicht. Also, ich werde MW3... Ich werde den Singleplayer nur spielen. Der Multiplayer von MW3 wird wie der Multiplayer von MW2. Also, das ist... Juckt mich nicht. Ich habe nur Bock auf den Story-Modus. Das ist für manche COD-Fans jetzt wahrscheinlich über cringe, was ich sage. Aber es ist, was es ist. Es ist zu viel. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles, was ich will, ist, diese Kälte für uns zu bekommen. Es ist das, was ich allgemein behalten habe. Ich mag das nicht. Nicht ein bisschen. Ich mag meine Situation auch nicht. Es ist sehr schade für alle drei von uns. Da. Die Kälte. Wie können wir es bekommen? Wir brauchen die Neural Matrix. Die Sekret-Tech, die inkorporiert die MW3 auf der Blattfläche. Und dann kann man auch den Singleplayer eine Woche früher spielen. Ist auch ganz nice. Neural Matrix. Was ist es genau? In kurzem ist es Storich. Ein Kälter für eine AI, mit bestimmten Batterien. Wenn die AI trugiert wird, wird es in diesen Kälten zu gestalten. Aber ich kann es auch mit MW2. Nein, ich habe es nicht mehr Zeit. Ich habe ein Plan. Spill es. Hansen braucht mich und ein Duell von Runners, die auf diese Technik in der Vergangenheit gearbeitet haben. Sie haben in der Wahrnehmung gewonnen, die sie bereitstellen, für einen Preis. Klassische Kälte. Sie bringen access, ich bringen know-how, wie die Matrix und Daten aus der Hauptfamilie. Wir arbeiten einseitig. Wir haben uns eine Chance. Du klickst die Access-Code, dann kriegst die Runners aus dem Weg. In Klass. Was geht, Junge? Eh, danke dir. Für die zwei Monate. Was geht, Junge? Ja. Ich glaube, dass wir die Matrix aus der Hauptfamilie werden. Mellow Princes, was geht? Da kann ich einfach sechs Monate zerfragen, das ist crazy. Okay. Oh, jetzt beginnt die Show, let's go. Oh, nice, Junge. Ach, Digger. Ich hoffe, das nächste Cyberpunk-Game wird alles ficken. Ich muss das Cyberpunk-DLC auch noch durchrunnen, bevor es Ballern raus ist. Das Hälfte von bisher vom DLC, Digger, das ist awesome. Ich find's richtig nice. Es ist tatsächlich bisher irgendwie alles, was ich mir vom Haupt-Game gewünscht hätte. Hast du auch noch mal gespielt, den wir dürfen? Ich hab's ein bisschen gespielt, ich hab's auf Playstation, aber ich hab's nicht durchgespielt. Warum noch eins? Ja, ja, die arbeiten schon am nächsten Cyberpunk. Ja, ja, klar. CD Projekt Redgate gerade, also ich glaub, die arbeiten an Witcher 4, Witcher 1 Remake und dem nächsten Cyberpunk gleichzeitig. Ja, die haben auf jeden Fall aufgestockt. Die haben, glaub ich, auch irgendwie in Montreal oder so, haben die doch ein neues Studio geöffnet. Das DLC-Gefühl besser als in Bieders Game an sich, ja. Hast du schon mal von Atlas Fallen gehört? Ich hab tatsächlich nur die Review von Ranton gesehen und er hat es als das schlechteste Spiel des Jahres bezeichnet. Tatsächlich hab ich nicht mehr von dem Spiel mitbekommen. Das ist, äh, ja. Egal, das ist Vibe, Alter. Ich hoffe, die übernehmen sich nicht bei CD Projekt Red. Ich hoffe auch. Also ich glaube, war nicht auch die News, dass sie für dieses DLC, dass es keinen Crunch bei CD Projekt Red gab. Ich glaub, die haben sich wirklich daran gehalten. Ich meine, ich hab irgendwie sowas gehört. Kann auch sein, dass das nicht so ist. Aber ich meine, die haben sich wirklich daran gehalten, weil für Cyberpunk müsste die auch super viel crunchen. Ähm, ich glaube, bisher haben die das eingehalten. Ich hoffe, das ist auch weiter so. Harte Aussage im Jahr von Gollum. Ja, Bruder, das ist halt... Ranton, wie... Ranton ist wie jeder andere YouTuber. Du spielst das YouTube-Game. Du musst harte Titel nehmen. So. Das ist auch bei mir genauso. Die Idee ist auf YouTube. Erzählt, sie hat meiner Meinung nach eine bessere Qualität als das Base-Game. Das ist aber nicht heiß. Das Base-Game hatte auch eine gute Qualität, ne? Ich muss aber sagen, dass ich die Story im Base-Game nach einer Zeit irgendwann sehr öde fand. Ähm... Hier finde ich sie auf jeden Fall bisher interessanter. Bravo! Bravo! Die PCs sind immer noch lächerlich. Ja, aber sie sind besser geworden. Sie sind immer noch besser geworden. Wir konnten sie nach dem Flop erweitern. Cyberpunk war kein Flop. Cyberpunk war kein Flop. Digger. Das, äh... Cyberpunk war gar kein Flop. Es hätte noch besser laufen können. Ich bin der Meinung, und ich meine, das ist nicht nur eine Meinung, das ist einfach Fakt. Wenn... Wenn Cyberpunk fertig gewesen wäre im Release, hätten sie noch viel mehr Asche gemacht. Weil das wurde ja aus dem Playstation-Store rausgenommen. Was denen sehr viel Geld gekostet hat. Aber Cyberpunk war kein Flop. Ich glaube, allein... Er hat... Er hat... Er hat Cyberpunk nicht Rekorde bei den Vorstellungen, äh... Vorbestellungen, äh... Gebrochen? So, ich... Hat sich das nicht irgendwie 12 Millionen mal oder so vorbestellt? So, und... Weiterhin so. Und jetzt... Ich glaube, nach Edgerunner, nachdem der Edgerunner-Anime rauskam, sind die Verkaufszahlen nochmal nach oben geschossen und so. Das hat denen gut Asche bereitet, so. Ja, deswegen... Macht die Story im Baseball-Game gar nicht, ja, das ist... Äh, ja... Ja, und das Geld ruhig gestanden für alle, die es wollten. Ja, ja, genau. Aber... Ich glaube, dein spezieller Agent hat spezielle Neues. Ich versuche, um sich zu lösen. Ja, genau. So was gab es noch nie. Ich glaube, Sony hat noch nie ein Spiel aus dem Store genommen, so, ne? Ja, geschätzt 500 Millionen durch Vorbestellungen eingenommen, genau. Das... Ne, das ist... Ja, ja... Anime war wild, aber ich dachte immer, das wäre ein Flop am Anfang. Ne, 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 das hat sich... Das hat sich trotzdem geisteskrank verkauft, ne? Weil... Die haben ja... Das ist halt das Ding, ne? Die haben ja genauso viel Geld... Ich glaube, legit, die haben genauso viel Geld fürs Marketing von Cyberpunk ausgegeben, wie die Entwicklung von Cyberpunk gekostet hat. Das Marketing von Cyberpunk war ja insane, so. Und deswegen hat sich das so krass, äh, verkauft, so. Ich glaube, das wäre noch viel krasser gewesen, wenn das Spiel fertig gewesen wäre. Aber, ja... Den Anime habe ich noch nicht gesehen, kann ich empfehlen. Anime war sehr, sehr gut. Ich guck grad, ob ich Steamsharing in die Sperre umgehen kann, wenn ich Cyberpunk über GOG starte. Ich war... Ich war... Ich war ein ganzes Jahr noch kaufen, ne? Ja, ja, ja. Ich war ein ganzes Jahr noch kaufen, ne? Wir können wieder kommunikieren. Hm. Alles gut da, Reed? Ja. Ich brauche nur einen Prozess für einen Moment. Das ist nur, wie ich bin. Ich brauche nur ein paar Momenten, um zu denken. Ah, das Game nur den Insider. Ja. Wir wissen jetzt, wer einen Swipe in Mayas hat. Apropos Anime. Warst du eben nicht da, Crumbled? Äh... Ich, äh... Guck keine Animes mehr. Animes sind, äh... Schmutz. Ne, aber ich hab... Ich hab grad... Ich hab grad, äh... Gar keinen Bock auf Anime. Ich hab jetzt mit Futurama angefangen. Aber Jujutsu Kaisen, äh... Werde ich nicht weitergucken. Ich weiß, ich bin, glaub ich, kurz bevor das richtig losgeht. Aber ich hab... Ich hab grad gar keinen Bock drauf. Äh... One Piece werd ich noch gucken. Aber ich hab jetzt mit Futurama angefangen und ich find das eigentlich ganz cool. So. Boom. Werd ich. Es kommt noch eine Serie, äh... Aber diesmal mit echten Schauspielern. Ja. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ja, ihr könnt jetzt Animes hier reinschreiben. Ich werd's aber nicht gucken. Ir... Irgendwann... Irgendwann komm ich, äh... Wieder in den Anime-Hype. Und dann guck ich Jujutsu Kaisen weiter. Vielleicht sind da neue Folgen von Demons, äh... Slayer raus und so. Und dann guck ich das alles. Das wird vielleicht erst wieder in 5 Jahren sein. Aber dann ist es halt so. Einfach neu mit One Piece durchstarten. Äh... Wird... Hoffentlich bald passieren. Äh... Ja. Ich hab... Ja. Ich hab bald geplant, wenn etwas Spezielles passiert ist, dass ich dann wieder mit One Piece anfange. Strukturen, die wir noch zu erkennen haben. Hm. Was hast du da? Von Anfang an dann auch. SF-1 krasse. Nicht überall. Aber über einen spezifischen Turf. In der Banua zu Ende ist. Ey, der Banua geht doch nicht mehr so lange, oder? Das ist jetzt nur noch die Party. Und wir wissen, Songbird steckt dahinter. Ja. 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 Sch спис Listen. Ich glaube nicht, dass der Songwerk verbreitete, warum so etwas ist. Oh und wie fandest du den ganzen Enel-Ark? Übrigens egal, Raffi gegen Lussopp, heftiger Moment. Ah ja, für den Gags sind jetzt 2-3 Jahre oder nicht? Ja ja, safe. Also legit, ich glaube, Wano Kuni... Ich meine, ich habe es ja jetzt erst alles nachgeguckt. Für mich war das jetzt... Ich glaube, ich habe es irgendwie in 2 Monaten alles nachgeguckt. Aber wie ich so bedenken, das lief jetzt seit ein paar Jahren, Alter. Ja. Hercule ist hier. Als Chess-Master wäre sie bekannt für schmerzende Spiele und exkruciatinglich herbekommen. Okay. Glaubst du, Spider-Man 2 wird zur Ubisoft Open World? Ja. Äh, Teil 1 und Miles Morales waren genauso und ich denke, das wird auch so sein. Wano lief fast 4 Jahre. Ich glaube, mit den Pausen waren es sogar 4. Kranke, Alter. Aber ich glaube, bei Spider-Man... Das Ding ist, bei Spider-Man das Gameplay macht sehr viel Spaß und so. Ich glaube, beim ersten Durchlauf wird das gar nicht so stören. Ich glaube, da wird man das alles relativ gerne machen. Aber die... Das Open-World-Design kann ich mir nicht vorstellen, dass die das ändern werden. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das bei Spider-Man großartig anders machen muss, so. Skypiea bis jetzt die... Der schwächste, den ich geguckt habe. Das kann gut sein. Kann gut sein. Also das Open-World-Design... Also das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, weil ich habe ja jetzt vor kurzem Ghost of Tsushima gespielt. Wir haben Spider-Man hier nochmal durchgespielt im Stream. Und so sehr viele Spiele, die das Open-World-Design von Ubisoft genommen haben. Aber jetzt, wo ich wirklich mal wieder ein Ubisoft-Spiel spiele, merke ich halt... ...dass Ubisoft es von allen noch am schlimmsten macht, so. Und ich will es vollständig bekommen. Die einzige Sache, das wirklich wichtig ist... Ich bin vorsichtig. Mein Gehirn ist scharf. Die Augen und die Augen sind entzündet. Aber ich weiß, Somi gut genug, dass sie ihr verdammt ist, um ehrlich zu sein. Genau. Ich habe nur die Lieblings-Belle von der Ball genutzt, die du auslösst. Ein Traitor. Was jetzt? Was willst du damit machen? Du weißt, Vy... Treason ist nie immer schwarze und schwarze. Sie versuchen, mich auch zu zählen. Was, wenn wir alle gespielt haben? Hm. Die Hauptsache jetzt ist, sie raus zu dieser Sess-Polle von Sitch... ...und wir sehen, welche Richtung zu nehmen. Dornflamingo und Big Mom-Arc waren die besten, so viele Emotionen. Ich muss die alle nochmal gucken. Vor allem von der neuen Welt, ne? Die neue Welt habe ich bisher nur ein einziges Mal gesehen. Deswegen habe ich die echt nicht mehr so gut im Kopf, ne? Ich glaube, das hat man auch bei meiner Tierlist gesehen. Schwester für mich war Alabastard. Echt? Nicht die Insel, die man davor bereist hat. Aber die Wüste ist so langweilig. Echt? Ich habe Alabastard eigentlich ganz, ganz geil in Erinnerung. Aber ist auch wieder so lang her, ne? Das ist halt... Es ist alles so lang her, Digga. Junge. Bei Ubisoft machst du nicht so viel in der Welt, äh... Spider-Man und so. Was? Bei Ubisoft machst du nicht so viel in der Welt? Spider-Man und so. AC Valhalla ist ja angeblich mehr auf Prügeln und Schlachten aus. Ich habe AC Valhalla nicht gespielt. Kann ich dir, kann ich leider nicht sagen. Right. Still should watch your every move closely. Sure. Unkonditional trust? No more. Out the window. Wie bei... Achso. Ja, warte, dann Ubisoft... Wie... Wie machst du das? Ja, genau. Bei Ubisoft... Das Gameplay ist auch bei AC nicht so gut, ne? Wie zum Beispiel bei Spider-Man und so. Allein das reine Bewegen macht nicht so viel Spaß wie in Spider-Man. Deswegen sind diese ganzen Objectives, wo du einfach nur hinlaufen musst und das einsammelst, sind in Assassin's Creed einfach lower als in Spider-Man, weil in Spider-Man das Schwingen mehr Spaß macht. Weißt du, was ich mein so? Zumindest für mich halt. Ja. 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 Ich hab' schon lange gesagt. Ich hab' schon gebockt. Ich mag die schwere von dem Game. Ja. Wie findest du das Kampfsystem? Hey, Chima. Ich rede mit dem Chat. Red-Hair-Twin-Saga Ich weiß nicht, was heute los ist, aber heute sind so viele Fliegen hier, Alter. Es ist der Shit Ich weiß nicht, was heute los ist. Alex, du kopierst das? Radio-Loud-N-Clear. Die beiden Schuelschöne. Du bist neu zu diesem, aber relax. Wir machen es als V-Hander. Ich scanne einen, du behandeln den anderen. Alex wird uns durch. V, zippen und füllen wir uns aus unserem Operating-Budget. Lass auf Chips und seien das Spiel. Nur nicht aus dem Geck-Go. Kommt irgendwann ein Video zu Batman-Archimeline? Ja, safe. Irgendwann schon. Vielleicht fange ich auch mal nächstes Jahr mit den Batman-Videos an. Mal gucken. Es ist einfach zu viele Games, zu denen ich Videos mal anwählen. Es ist so scheiße, dass die Videos so lange brauchen, ne? Lass auf Chips. Perfekt für unsere Worte. Komm schon, komm schon. Einen weiteren Winch. Einen weiteren. Ja, das Ding jetzt. Normalerweise ist ja so, dass hier einfach alles voll mit Mücken ist. Aber heute... Fliegen kommen eigentlich super selten hier rein. Aber heute, ich habe vor dem Safe so 15 Fliegen oder so schon weggeklatscht. Das ist... Ich raff's nicht. Über die Qualität vor dem anderen Zeug hab ich's vergessen. Ja, genau. Deswegen, ne? Aber manchmal... Manchmal denkt man sich so... Es wird schon... Wär schon cool, wenn das alles schneller gehen würde. Dann könnte man halt mehr Videos machen. Das wäre schon sick. Wieviel muss ich denn kaufen? Muss ich alle kaufen? Muss ich alle kaufen? Reicht das? Geht das so? Ne. Kann ich das hier nicht verschieben? Ich muss ja jetzt hier nicht 95 mal da drauf drücken, oder? Ah. Dankeschön. B. B. Du bist nicht da, um Spaß zu haben. Simple Vests. Red oder black Kling. Wahrscheinlich ist das andere da oder was mit anders. Ich kann immer so schlafen, oder? Wenn ich da pennen oder so? Ich weiß nicht. das Astro-Bot-Video und der Rückblick von 2021 glaube ich mehr habe ich auch nicht geschafft das ist da zieht seitdem 3 rot oder schwarz was sagt er rot oder schwarz kommen Scheiße was sind die Scheiße Audio Parade ich komme nicht zum Schnitt ja 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 Replicant Red Hau rein Digga Hau rein, Hau rein Ach so, die haben jetzt schon ohne mich gespielt oder was? Verarsche Hallo Mitspielen bSC warum hat die spitzeõhren? Spitze Ohren? Warum nur die Spitze Ohren sind das? Nee. Warum hat die... die Spitze Ohren? Wie geht's? Hat er Glück? Wir haben es gerade ein paar Minuten vorhin begonnen. Was ist dein Pfeil, mein Traum? Bei Waffel, dann würde ich sagen nein. Ein Bourbon für uns. Alas, mein Freund nicht trinkt. Du hast die Frau gehört. Und wirklich Wasser für die Mannschaft hier. Und was habt ihr? Hörer Lücher bitte. Whisky. Inori okay mit dir? Japanisch, mehr als gut. Deine Trink werden hier kurz sein. 26. Eben Kulak. Kann ja vielleicht verstehen, dass Leute das nicht so gut sehen wie ich. Aber... In meinen Augen ist Arkham Knight... Das ist vielleicht dein bestes Spiel. Let's go, let's go. Red. V. Ich kann nicht von Red. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Stahl für Zeit, okay? Hm. Ich habe gerade herausgefunden. Du musst auch Dirt hinter deinen Fingernälen haben. Wie all diese Bastards und B****e. Das ist, wenn du ein Tourist bist. Wie die No-Lifers, die andere leben müssen, um nichts zu fühlen. Das ist auch krank. Red. Das ist auch krank. Gummy. No-Lifer. Tourist. Die Mords verstehen kein Spaß, ey, ja. Hm, hm, hm. Du bist nur teasen. 16. Eben. Reg. Ah, ja. F***ing fertig hier. Duh. Hm. Es hat ja immer so dieses Ding. Das ist halt einfach andere Meinungen oder andere Geschmäcker, ne. So. Ich höre immer ganz oft, wenn so Leute über Arkham Knight reden. Und dann ist halt immer nur so. Dann sagen die immer so, ja, war ein geiles Spiel und so. Ja, war cool, war cool, hat Spaß gemacht und so. Und ich denke mir so, ja, es ist das beste Spiel. Es ist das beste Spiel, denke. Das Ding ist Arkham Knight habe ich als drittes gekauft von meinen Games. Kam aber nie zu den zu zocken. Bruder, es ist... Bitte. Ich kann nicht fühlen, dass ich etwas überrascht habe, als ich umgekehrt habe. Mach dich nicht über das. Oh, komm, komm. V ist nur... ...kordier. Moin. Die hat Bock. Heute wird nicht gewichst, Alter, geil. Kannst du mit jeder Farbe gewinnen? Okay, perfekt. Ja, schwarz, rein da. Hörst du an Konversationen von Str... Strangers können... ... gefährlich sein. Manchmal kann man mehr hören, als man sich anhalten kann. Oh, das ist so, das Ding. Oh, das ist so, das Ding. Wir diskutieren die Politik, specifically unser host, Herr Kurt Hansen. Big fish, selling big guns for big money. Yet, hier, you have celebrities, politikern, even the chief of police. So, I was thinking, perhaps Hansen would do better by being a veritable businessman, non? I claim he would. Mon cher frere disagrees. Twenty-one. Odd. Red. Guess it's not my lucky day. Place your bets, please. Who is Kurt Hansen really? A crucial question. The fuck? Psychoanalysis a hobby of yours? No, putain. I'm merely trying to have a conversation. They know. Too hard. Scheiße. Okay. Okay, yeah. Seymour like you and Hansen. Never step back. Always sleeping forward. Have you seen in MW3 sind nur MW2 Maps? das ist halt, das ist einfach nur ein Cash Grab von Activision. Aber, das MW2 Video lief gut, deswegen werde ich ein MW3 Video machen, ne? So. What the fuck out of this work? Puh, now you do the Psychoanalysis. Real careful now. Play in your own game, Aurora. 28. Even. Black. Place your bets, please. Das ist richtig gemeint, so. Ja, das ist. Aber das ist nicht so jauh, petit frère. Das ist nicht so, wie ich es wäre, wie ich es wäre. Charmige kleine Show, die du aufgestellt hast. Du siehst, Rick? Wir sind charmig. Gott, ich liebe sie. die beiden. Die MW2 Kampagne wird garantiert, geil. Ich, ich mochte die MW2 Kampagne, ne? So, das ist, äh, deswegen, also, es wird halt Bock machen, ne? Eject the junkies, and make it a paradise for billionaires. Just getting rich is dull. You should work for the community. Invest, create jobs, throw bankettes. She's getting chatty. Doing good fee. Haha. And charities are excellent washing machine. You laundering billions, believe me. Five. Odd. Red. Place your bets. Please. I need to try this. Hanson going missionary position in business. Nonsense. Reed's still not responding, but you keep working it. Let's go. Swap twins.